Könnt ihr das eigentlich richtig, was auf dem Schild ansteht? Ja, ja, würde ich jetzt mal. Ja, ja, ja. Sehr gut. Big Dick. Was macht ihr denn heute? Wo an wann? Und wo? Wir fahren heute Abend auf der großen Festivalbühne, also der kleinen, großen. Der kleinen, großen, direkt hinter uns. Die ist hier hinter dem Schluck. Ja, sehr richtig. Zum dritten Mal jetzt in Folge seit 2013 und wir freuen uns sehr, dass wir wieder hier sein dürfen vor dieser tollen Kulisse bei Bestem Wetter in Stuttgart. Toll. Was performt ihr? Ja, wir machen Cow Rock. Das ist eine Mischung aus Country, Rock Pop, International Style. Alles, was abgeht, alles, was gut kommt. Zum Beispiel, ihr habt da auch bekannte Namen im Programm. Guns N' Roses habe ich nur gelesen. Wer ist noch dabei? Guns N' Roses Metallica. Wir haben Amy Winehouse. Was wir haben? Also, Querbeet. Querbeet, Wollbeet. Querbeet, Wollbeet, genau. Querbeet, jetzt habt ihr ja fast eine sentimentale Beziehung zu dem Schlossplatz hier. Habe ich gehört, denn vor zehn Jahren ist was passiert. Also vor zehn Jahren waren wir zu dritt hier unterwegs in Stuttgart und haben einen schönen Abend gehabt und lagen hier auf dem Rasen genau an dieser Stelle und haben überlegt, was können wir in den nächsten zehn Jahren machen und haben gedacht, lass uns von der Band gründen, wir haben da rumgesprochen, wie könnte die heißen. Irgendwann kam es dann zu Big Dick und da haben wir gesagt, komm, lass uns eine Band gründen. Ja, der Ideengeber war ganz klar, was was, müssen wir ja leider dort uns heute anerkennen. Und ja, da haben wir vor zehn Jahren gerade so eine Kanne gegen Cowboy für die Stimme anfangs gemacht und seit zehn Jahren sind wir unterwegs seit acht Jahren auf dem SWR und freuen uns, immer noch dabei sein zu dürfen. Seit zehn Jahren, wirklich, dafür habt ihr doch einen Applaus verdient, oder? Wirklich. Okay, und wahrscheinlich kriegt ihr noch viel mehr Applaus, wenn ihr jetzt noch was anspielt. Habt ihr denn einen Song, den ihr schon mal vorab so ein bisschen anspielen könnt, ansingen könnt? Ja, kann wir. So richtig leid. Genau, hey, it's called Big Diggin' on the side chicks, called Hoops. Come on, clap your hands, yeah! Deinig, das ist alles. Ja, das ist alles. Die Tür, die Dwarze have a lonely nest. Die Tumper dance seems to be boundless. See you later with a crazy style. I'll be able to shake your bones and bring me a second smile. Come with you on your hat, wear your head, I swear. It's a rodeo, because a groove is fast. We're sayin', hee-hah! We'll know the way you're singing, hee-hah! After the boobs are swinging, hee-hah! Do you feel what's tonight? We say Yeehaw And all the ladies sing it Yeehaw And the boots are swinging Yeehaw We invite your passion, alright We invite your passion, alright Wuhuuuuh Bittig Yeehaw 17.15 Uhr Wenn Sie Lust haben auf der kleinen Festivalbühne direkt hier hinter dem Festivalbühne Der Große hier Der Große hier Der Große hier Der Große hier Richtig Schön, dass Sie hier waren Danke Und jetzt zeichnen wir was wir noch alles